Die Ecke kommt, ja sie können erstmal klären. Ballverlust Lionel Messi. Der Torwart mit dem Patzer verliert den Ball. Er schießt von weit draußen. Und den Ball macht er natürlich, keine große Aufgabe mehr. Den musste er erstmal machen aus der Entfernung. Eigentlich war alles offen, aber die Distanz ist natürlich erheblich. Da hat ein Spieler erstmal Respekt. Normalerweise, er nicht, er macht einfach das Ding.